Hey, Ukarin. Was ist denn los? Daru. Hiyajo. Ich brauche einen Schlag ins Gesicht. Was, schon wieder? Äh, ich halte Gewalt für... Keine Zurückhaltung. Deine ganze Wut auf mich, die sich aufgestaut hat. Deine Sorge um Susuha. Lass es alles an mir aus. Und schlag mich. Wieso das denn jetzt auf einmal? Das geschieht mir völlig recht. Dafür, dass ich die ganze Zeit so getan habe. Als wäre nichts und ich vor allem ständig weggelaufen bin. Äh, darf ich wirklich? Na schön. Nein, lass das. Los. Halt dich nicht zurück. Oh, der hat gesessen. So ist richtig. So erwarte ich mir das von meinem Favorite Right Arm. Eh? Eh? Bis zum nächsten Mal.